Lukas ist bei starkem Regen ziemlich flott auf der linken Spur unterwegs. Was könnte dabei schon schiefgehen? Genug der spannenden Musik. Das Wichtigste zuerst. Hier ist niemandem etwas passiert. Es gab auch einige Ersthelfer. Das ist sehr schön zu sehen, denn es gibt leider auch genügend Clips, bei denen nach einem Unfall niemand anhält. Pures Glück, dass hier nicht mehr passiert ist. Bis zum nächsten Mal.